hallo und herzlich willkommen zurück hier bei fahrgrei 1 wir sind jetzt hoffentlich endlich in dr kriegers hauptunterkunft sagen müssen im aufzug und der aufzug wird uns wie immer so haben auch schon ladebildschirm es geht also weiter ich bin echt gespannt wie weit uns diese reise hier noch führen wird mehr wo und 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 Ja, für den brauchen wir also was Großeres. So, für den brauchen wir noch was Großeres. Noch? Eieieieieieie. Okay, dann... Alter, falter, was kriegt denn der rein hier? Oh. Der Idiot war nicht Ja klar Alter Das sind 2 Sie haben den Blockbereich hinter sich und dürfen jetzt näher bei Val sein Das war schon effektiver So, den überraschen wir jetzt von hinten Ok doch warum gehst du Hallo Guck, guck Ja Zehn Schuss Zehn Schuss brauchen wir für diese dicken Dinger hier Oh ja ja ja, was war denn das, das war mein Handy Warum auch immer So Ach Es liegt da rum, Medizin Brauchen wir nicht, wir brauchen Rüstung Komm mal nicht weiter Wir werden die Zinn erstmal liegen für das nächste Mal Wir wissen Wir merken es, hier liegt Medizin rum So, jetzt gucken wir mal da rein Geht wieder nicht ganz auf Ach man, gut Dann hoffen wir mal, dass die hier aufgeht Holen sie Doktor Dreist Schnell, schnell Sie kommen Wir warten hier und versuchen sie aufzuhalten Ist alles ok? Schnell so wir haben ja auch wieder einen sehr schön empfangen hier liegt auch noch ein Medipack rum das können wir später bestimmt noch gut gebrauchen was ist denn das hier hier wir haben keine Schlüsselkarte das heißt wir müssen wieder Schlüsselkarten wo ist er genau zwischen die Augen du Dreckskerl wie gefällt dir denn das hier alter du bist so gut wie tot und wir haben ja auch keine Munition mehr hier mal die dich nehme ich Stück für Stück auseinander da ist ja mal einer in N-Rage hier werde ich den Hintern versohlen wo hat er sich nur verschlecht eine Kraft prügel da was ist denn hier los hast du ein Problem ich habe ein Problem ja Friss Blei! Du warst tot. Das ist mein Problem. Du bist erledigt, Mann! Ja, bin ich. Gib auf, Alter! Komm, wir holen uns die Medizin, was da rumliegt. Da lag Medizin rum. Wo ist die jetzt? Ey, jetzt halt nicht. Leck mich doch. Okay, Jack. Sie haben den Dockbereich hinter sich und dürfen jetzt näher bei Val sein. Das ist ja ehrgerlich. Das war ehrgerlich jetzt. So, okay. Kein Problem. Den haben wir erledigt. So. Bisschen haben wir gelitten. Und jetzt gucken wir mal. Da kommen wir nicht lang. Ich mach' mich fertig! Hm. Medizin holen, Medizin holen. Ich weiß, wo welche liegt. Ich zerreiße ihn der Lauf. So. Nachladen. Abknallen. So. Wie gesagt, wir müssen... Die werden sich jetzt da drin erst einmal schön selber erledigen. So. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Du zerreißt mich gar nicht. Da haben wir noch 10 Schuss. Ist der dicke tot? Ist auf jeden Fall nicht da. So, was haben wir hier? Rüstung, Produktion und Munition und hier haben wir Deckung. Und wir haben die Schlüsselkarte. Okay. Jetzt haben wir hier noch Handgranaten, Rauchgranaten. Haben wir eigentlich sehr wenig benutzt. Die Tür ist kaputt. Die geht ne halbe, ach, das war die, wo vorhin ne halbe aufgeht. Okay. Ja, dann wissen wir ja, wo es lang geht. Wir brauchen ja da vorne die Schlüsselkarten und die haben wir ja jetzt. Wir haben volle Rüstung, wir haben Munition, wir haben Medizin. Ich höre schon wieder so ein Trigem. Du bist so gut wie hinüber. Ich, du bist so gut wie hinüber. Du bist jetzt gegenseitig abgeknallt oder was ist hier los? Was ist denn hier los? Da haben wir mal wieder einen Schacht. Ja. Oh. Drecksack. Darf doch nicht wahr sein, ey. Echt jetzt. Gut, aber wir müssen nicht alles machen. Da kommen die Sache hier. Wo steckt der Kerl? Wie gefällt er? Du steckst in Schwierigkeiten. Ach. So. Jetzt steht hier einer. Also so war es das letzte Mal. Oder auch nicht. Und der ist tot. Der auch. Nur wunderbar. Ja, das war es. Der auch so war. Aber wir müssen das jetzt nicht ernst. Unternehmerkern. ��b unternehmerkern. Hier ist wieder heißer Dampf. Aber scheint uns diesmal nichts zu machen. Gehen wir mal da rein, gucken, wo wir reinkommen, wenn wir da lang gehen. Nicht wirklich irgendwo hin. So, okay. Ja, das scheint ja hier so wie das Rechenzentrum auszusehen von dem Kollegen hier. Hier brauchen wir wieder eine Schlüsselkarte. Die wird wahrscheinlich da unten liegen. Jetzt gucken wir mal weiter. Hier brauchen wir auch eine Schlüsselkarte. Irgendwie... Oh, ist ja offen. Hm. Was ist denn da? Ach du Scheiße. Hab ich dich! Danke. Danke, 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 danke. Was ist da drin? Ach du Grüne, da wären die gezüchtet. Ach du Scheiße. Alter. Und die ziehen hier. Oh Gott sei Dank. Wir brauchen die Schlüsselkarte. Wir brauchen die Schlüsselkarte. Ach, war ja klar. Gut. 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 Way, gehen shall we? Gut. Gut, gut. Gut. Gut, gut. Gut. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 los. Wow. Haben Medizin gefunden und gleich wieder verloren. Ach, ist doch ärgerlich. Was ist denn hier? Hier geht's nicht weiter. Hier ist zu. Hier auch. Hier ist offen. Das sitzt drin. Hier kriegen wir gleich Besuch, glaube ich. Kann das sein. Hier kommen wir nicht weiter. So. Okay. Who on the other? Oh, 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 oh. So, das sind wir wieder. Wir brauchen Medizin. Ganz dringend. Hm, soll man ihnen helfen, oder soll man so? Es kommt eine weitere Welle von Trigen. Eröffnet das Feuer. Was zur Hölle? Entschuldigung. Ist alles okay? Das Pfeifen aus dem letzten Loch. Ich muss ein bisschen aufpassen hier. Ich weiß, es ist gerade einer gelaufen. Ich weiß, wo du bist! So, was ist denn mal hier? Closed. Okay. Was soll man hier? Medizin, das ist gut, 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 gut. Rüstung wäre natürlich auch fein, aber man kann ja nicht immer alles haben. So, was soll man? Ja, wir haben ja was zum Öffnen. Ich hoffe, das war der letzte Sicherungsschalter. Und jetzt gehen wir mal da lang, gucken, was passiert. Doch. Ah. Hm. Das wollte ich es gerade spannend machen und sagen. Und doch, was dahin, dass ich verbehe. Das sehen wir in der nächsten Folge. Aber wir machen hier trotzdem jetzt erstmal Schluss. Und, ja. So, da ist offen. Da ist es jetzt auch offen. Aber ich glaube, da kamen, nee, wir kamen, wir kamen, hier her, weil das sind die Kisten. Da kamen wir her. So. Und wir müssen... Wir gehen als nächstes in der nächsten Folge hier durch. Und schauen dann mal, wo es uns hinführt, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.